Bitte ich aber um einen riesengroßen Applaus für die Firma Kipke und Nebel, für das gesamte Team, die heute Morgen fast aus der Nacht heraus, aus der eigenen Nachtschicht heraus hier hingekommen sind, um hier die Bühne aufzubauen. Auch heute ist es so, wir haben eine bunte Fahrt durch Spulheim. Wir sind in allen Ortsteilen zu Gast und die Ortsteile besuchen uns dann hier mit ihren Dreigestirnen, mit ihren Tanzkurs anfangen wollen wir heute bei den Mädels, die die Möglichkeit hatten, hier im Hause zu übernachten. Sie hatten gestern hier ihren letzten Auftritt, beziehungsweise das war der letzte Auftritt des gestrigen Tages. Heute sind sie hier die Ersten, die noch nicht auf die Bühne kommen, sondern die, wir müssen vor der Bühne heute noch etwas anfangen, da sind. Empfangt mit mir Stanzweiler Damen-Dreigestirn. Du sagst draufkommend aufs Bild. Applaus Applaus Musik 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 Also jeder, der sich selbst jetzt fragt, ob er von gestern Abend vor dem Feierabend noch mitgenommen hat, keine Angst, auch wenn ich an der gestern Ansage, es sind wirklich im Moment nur zwei, die gestehen, warum das so ist, dann erklärt der Bremsenführer Gönig. Ja, unsere Jungfrau ist leider seit gestern etwas kränklich, liegt noch im Bett, betreten sie aber anscheinend wieder wieder hin. Also kann leider heute Morgen auch nicht dabei sein, aber dafür ist der Rest noch schön anzusehen. Wieder dabei, unser stolzes Damponchor, DC Edelweiß aus Darnsweiler, danke, dass er da heute wieder so früh aus dem Bett rausgefunden hat, um uns bebleitet, es ist immer wieder schön. So, gestern gab es ja noch ein bisschen Unterstützung von der KG Lust hier, der Bischer hat auch wieder zu uns gefunden, weil er schon dachte, das hat gestern dann von der KG Lust hier der Frank Bröse übernommen. Aber wie gesagt, Karneval ist alles unkompliziert und einfach, wenn man ein bisschen zusammensteht. So, ich stelle euch jetzt vor, das erste Darnsweiler, Damen, drei Gestirn, an der Spitze mit Prinz Gaby, die erste, Gabriel Hannemann. So, ich stelle euch jetzt hier. An Ihrer Seite haben wir die Tochter, unsere Staatssebuhr, Mauersteffi, Stefanie Hannemann. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wie gesagt, unsere Jungfrau ist krank, aber wir werden vertreten durch die Adjutantin, die ja für die Jungfrau alles macht. Die Elli Schäfer, Elli ist jetzt die Jungfrau hier los, in Vertretung für die Jungfrau Elli. Die Junge Ja, und bevor ich Sie als Natur vorstelle, mache ich es heute mal ein bisschen anders, weil sonst kommt es sich da wieder zu teuer. Das war das teuerste Stück gestern bei Seegmüller, war unser lieber Klaus Schäfer, der hat mich mittlerweile eine dreistellige Summe gekostet. Die verjässe ich nämlich immer. Für die Fotos Klaus Schäfer. Dann darf ich vorstellen, für die Attilatur, für den Prinzen, Claudia Pofalla, für den Bauern, Annalena, Verlag. Und heute ausnahmsweise für sich selber, Elie Schäfer, Elie Schäfer. So, an der Standachter, unser Wischer, beziehungsweise Staats- und Klerisch-Ropf. Auf Winken, ich übernehme das Wort an Ranskari. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Meine Stimme funktioniert jetzt so einigermaßen. Heute Morgen hatte ich sie nicht. Also es klappt jetzt mal wieder so ein bisschen. Ich möchte euch erstmal unseren Prinzenführer vorstellen, unseren lieben Günni, Hans-Günter Pölzke. Ich möchte mich auch nochmal bei der Firma Sekula bedanken, dass wir heute ein zweites Mal hier sein dürfen. Dann nochmal beim TCE-Reiß, weil die haben heute auch stressend, aber spontan nochmal hier hinbekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Ich stelle jetzt nur nochmal kurz unseren kleinen Stammtisch vor. Wir bestehen normalerweise nur aus Damen. Wir haben uns aber mittlerweile auch ein paar Herren dazu holen, weil ohne Männer geht es dann doch nicht so ganz. Also wie gesagt, wir sind bei uns in dem schönen kleinen Dorf Dazweiler das erste Damen-Drei-Gestirn und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und deswegen lautet auch unser Motto, denn wie ist nichts wie es Wort, erste Damen-Drei, ich stehe noch sonst vielleicht doch. Alarm. Ich habe gerade erfahren, dass ich mal wieder einen Strafstoß eingefangen habe. Ich habe befressen unser Vereinschameleon Thomas Müller, der immer von blau nach rot, von rot nach schwarz heute gewechselt hat. Presse und Medien, Thomas Müller hat kostet alles. So, wir haben euch auch ein paar Liedschen mitgemacht. Eine kleine Darbietung und Musik ab. Alles klar, wie wir los sind. Der strengte Spät, der fünf Transzepter, der nur schlägt im Schärf mit den Fähnen vor der Geh. Der ist der reiches Rock. Der ist der reiches Rock. Weil es noch besser als der Geh-Roch, der ist der fünf getreiches Rock. Der fütter mit dem Mann, der auch mit der Luch. Süße, dann ist es ja euer Bruch. Der ist der reiches Rock. Der ist der reiches Rock. Weil es noch besser als der Geh-Roch, der ist der fünf getreiches Rock. Reihe steh'n, reiches Rock, ja, Reihe steh'n, reiches Rock. Ja, bei der reichen Steh'n, reiches Rock, ja, Reihe steh'n, reiches Rock. Weil es noch besser als der Geh-Roch, der ist der fünf getreiches Rock. Und ein Kind, der schwind ja gut ist, der im Joros, wir wünscht den Millionen und im Leben der Geh. Der ist der reiches Rock. Er ist der reichen Rock Weil es noch heßer als zu mir und Er ist der blöken Reiches Rock Der Schülpfer kriegt das Spiel Der Prinzenzepter Der Buhr schlägt dem Chef mit dem Chef Ohne Bühne ist der reichen Rock Er ist der reichen Rock Weil es noch heßer als zu mir und Er ist der blöken Reiches Rock Reichen Städt Reichen Städt Ja Reichen Städt 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 Die Lücke im Saal, die schreiten, ha! Der hat drei Stern aus, die war nicht so. Er ist ein reiches Rock. Er ist ein reiches Rock. Weil es mal heisse, als der Mini-Mod, er ist ein frügelreiches Rock. Die Lücke im Saal, die schreiten, ha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017